Die Föderation des Artisans Guten Morgen, ich bin der Föderation des Artisans. Es ist ein Conseiller der Juridik. Es beseitigt alles für Arbeitsrechte und Sozialrechte. Und nicht für Frauen, die es an einem solchen Gebrauch ist. Advising, Lobbying, Networking. Das Wichtigste ist, dass du dir Partnern fähig zu helfen, wenn du Probleme hast, du verkommst bei dir aus, bei dir darfst du ja.